Mein Name ist Ratzpatrick, arbeite bei der Firma Transkw Wien Nord und bin als Lkw-Fahrer tätig. Mein Tag startet um halb fünf in der Früh nach der Kaffeepause. Um fünf Uhr in der Früh bekommen wir dann einen Turmplan zum Laden. Unsere Kommissionierer kommissionieren die Ware für die Fahrer am Vortag. Nachdem wir uns den Turmplan geholt haben, gehen wir in die Auslieferungshalle und beladen den Lkw mit den Rollcontainern. Wir beladen den Lkw in der Reihenfolge, in der wir auch die Kunden fahren. Die Tiefkühlcontainer übernehmen wir schon fertig kommissioniert und werden dann auch von uns mit einem Kühlmittel befüllt, sodass die Ware bis zum Kunden nicht aufgeht. Und um sechs Uhr geht es dann raus zu den Kunden. Was mir bei meinem Job am meisten taugt, ist der langjährige Kundenkontakt. Als Lkw-Fahrer muss man alle vier Jahre die C95-Schulung machen, die zur Gänze von der Firma übernommen wird. Ich arbeite deswegen bei der Firma Transkw, weil bei uns beim Standort das Betriebsklima einfach passt. Sobald man rausfährt, ist man auf sich selbst gestellt und man kann sich die Arbeit selber einteilen. Was man mitbringen sollte, wenn man sich als Lkw-Fahrer bei der Firma Transkw bewirbt, ist Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.